Wir haben in der Klasse ein Plakat gemacht, mit das sind wir. Dort haben wir geschrieben, was wir sind. Zum Beispiel höflich, hilfsbereit, Vorbilder, Forscher und so weiter. Wir haben alle zusammengeholfen und es gilt für die ganze Klasse. Doch mag es gern, wenn die ganze Klasse freundlich und nett ist, weil dann gibt es keine Verletzungen. Wir haben ein Wesen in einem Buch uns angeschaut. Das heißt Ali und bedeutet Atmen, Lachen, Innehalten und Nachdenken. Das hilft bei Wut. Meistens gehe ich dann in mein Zimmer. In meinem Zimmer mache ich dann Ali und dann geht es schon wieder viel besser. Und manchmal bleibe ich noch ein bisschen in meinem Zimmer und lese oder schreibe, aber manchmal gehe ich auch wieder raus. Ich 자주 auch nicht. kal Grande lord orange und Untertitelung des ZDF, 2020